Es war ja gerade in dem Gyro-Buf da drüben. Alles war ganz leiband. Das Kloßbau hat mir auch eine Wahrzeit. Eine Wurde-Stund war mir's nicht gekommen. Nein, das Bufengel kann nix dafür. Endlich schon weht. Mit der Altlerfuhr 2-6-Socken. Mit dem Wasser steißen? Tust du nix? Kein Drittel euer Sackl nicht. Es ist leider so. Und den ganzen Dorn, Damen, Schwarz und Arberfuhrher. Grüezi, da hintere. Ich muss nämlich dringen. Prüfen!